Sieht von Herrn, Mann, meine blauen Röcke, meine Röcke, meine Röcke, sind die Jungs alle wie die Böcke, wie die Böcke, meck, meck. Wenn sie mich im heißen Reu nur witteln, nur witteln, nur witteln, dann beginnen alle gleich zu zittern, dann sind sie ganz weg. Doch eine steht dabei und lacht und gähnt, immer angenehm, immer angenehm, immer angenehm an der Wand. Wenn am Sonntag sie so richtig saufen, so saufen, so saufen, wollen alle meines halben Raufen, Raufen, Messer raus. Und sie stampfen und es werden die Scheiben, die Scheiben, die Scheiben. Ohne Beule kann da keiner bleiben und es kracht das ganze Haus. Doch eine steht dabei und lacht und gähnt, immer angenehm, immer angenehm, immer angenehm an der Wand. Neulich nahm ich mal ein Bart im Teiche, im Teiche, im Teiche und sie stehen hinter einer Eiche und stieren auf mein Bein. Doch ich nallte alle diese Böcke, die Böcke, die Böcke, ich trug 27 Unterröcke, immer noch ein und noch ein und noch ein und noch ein. Und vor ihr und kitzte jedes Auge trennt und ich ganz angenehm, immer angenehm, immer angenehm an der Wand. Gestern abends, als die Vöglein sangen, 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 kam ein Mann, die Straße lang gegangen, ein kräftiger junger Mann. In den braunen Augen war ein Winken, ein Winken, ein Winken, und ich lieb' die beiden Arme, ein Winken und sah ihn nur an. Bis zum Sprung sich alles in mir dehnt, nicht mehr angelehnt, nie mehr angelehnt, gib mir deine Hand, gib mir deine Hand. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020